ja ich hab keinen gefunden, der noch nicht entdeckt ist hab ich Diamanten gefunden? Nein war mir das schon fast klar er war wenigstens ehrlich das hätte sich glaub ich auch ein bisschen anders angehört Diamanten ist so nett ist ja kein Krüger das ist so ein Kaffee ja echt ist das ein Kaffee? ja das gegenartig ist ja aus der Werbung ich hab grad das hast ja nur so ausgedacht weil der Nachname klingt ja so ähnlich nein Krüger, das möchte ich was Holger? du willst Holger? Krüger, Alter du erzählst dir was für ein Ohren wasche mach's doch erstmal bei dir selbst manchmal beim Headseller an meine Ohren sind rein wie ein Babyarsch ich mein jeder sagt doch immer meine Haut ist so klatscht wie ein Babypopo da kann ich auch sagen dass meine Ohren so rein sind wie eine nein du hast Vorstellung Steffen echt so ach Gott sei Dank kennen mich meine ganzen Leute in die VR gucken nicht wirklich privat ich glaub ich hätte ja auf einmal mehr DE-Abos als sonst wie Minus 3 Abonnenten wer du? ne du du hab ich ja hab ich auch hast du nicht doch hab ich ich hab nur noch 27 ich hatte mal 30 echt? ja ich hatte mal 30 jawohl das ist mir so ziemlich scheißegal kannst du dir das vorstellen nein also doch kann ich ich möchte dir lave gehen ich bin mitten in der unter der Erde als ob ich jetzt ich im Bett ja dann steh wieder auf nicht unpassend ha? du im Bett bist und die Erde draußen machst du nix also keiner möchte nein soll ich rausgehen? ne also wir bauen jetzt mal die Nacht durch würde ich sagen ne das ist mir hoffentlich geil ok hier war ich schon wo war ich noch nicht man weiß es doch nicht ganz solle Reime ja das ist mir gerade nicht eingefallen deswegen muss ich dir bringen ich wollte gerade sagen was besseres ist mir gerade nicht eingefallen ja ist auch so wahrscheinlich hat er so ein schlechtes Reime die schlechtesten Reime der Welt als Buch ja 15 Euro völlig aber sonst man könnte sich ja sonst nix ne richtig verdammt das hab ich kein gebrannten Stein mehr geh mal da rein hier komm kein gebrannt alter ist hier dunkel du musst unbedingt mal Fackeln setzen du weißt schon wenn die ganze Zeit wer der Aufnahme ist dunkel ist sehen die Zuschauer nix ja weiß ich ist da schon wieder ein Kreaser aber er hat mich zum Glück noch nicht gesehen alter ist hier selber überhaupt nix oh das war der Evander schon mal gut können die an der Decke spawnen? ne oder? was denn? die Viecher das in der Luft spawnen das wäre glaube ich ein bisschen unmöglich ich wollte nur auf Nummer sicher gehen ich finde Kohle, Eisen, Redstone, Lapislazu, die alles aber keine Diamanten machst du nix ja kann man nix machen zeig doch ich guck mal wo Jan abgeblieben ist irgendwo in der Mine wo noch keiner war ja sag mal dann gleich deine Koordinaten okay und ich glaube ich bin wieder in der Nähe des Worms, das Gericht, Worms hey hier wohl, warte mal, ich mach mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz sag mal deine Koordinaten dingelingeling an Jan sag mal deine Koordinaten äh x 1 61 y y 28 z 500 77 und ich hab voll schüttel aber ja das ist doch anders stimmen dann hat ich mich nicht wieder wo zum Teufel bist du? Hermine, ich bin einfach irgendwie immer lang gelaufen hä? wo bist du lang gelaufen? keine Ahnung aber hier ist noch ganz viel Eisen was ich nicht verbrauchen kann höh, aber ich will nicht mal gern wissen wo du bist hä? wo bist du denn lang gelaufen? ich sah aber überhaupt kein Weg mehr weiter doch, ich ging irgendwann mal nach unten oder nach oben ach soo bist du nach oben oder nach unten gelaufen? beide schon oh, ein Creeper ist neben mir wieso machen die das immer mit mir? möglich ja, ich lieb Eier, merkt man doch oio hier ist alles noch unerkundet machst du nix oh mein Gott oh mein Gott, oh, ich hab noch gerade getötet äh, ich weiß zwar nicht wo du da lang gelaufen bist du da, wie du da lang gelaufen bist trab dich doch mal drauf, trab dich doch einfach zu mir hier ist scheiße, oh, hier ist der Postlazidium Gold erstmal mitnehmen wie schien soll ich nicht mitnehmen? weiß ich, nimmst du mit? brauche aber keine müssen wir es später keine mehr machen bis auf die Goldschule das ist 33 schon was? also warte mal, x doch, sag nochmal bitte x x ist jetzt 35 35 und z 584 oder so, irgendwas denn da 3 warte mal, hier ist 30 und 534, oder was? hier waren wir schon, glaub ich noch nicht, weil das Kabel ist da unten hier unten äh, 500 da ist die Lava, da ist die Lava in der Nähe ich weiß noch, wo die Lava waren, das ist da, im Wasser so da bin ich wieder da hinten geht's weiter, cool ich bin jetzt bei 534, aber da ist noch nichts da ist noch nicht ich bin jetzt hier, wo sie sind dann war ich da noch nicht ich bin hier irgendwo fragst du mich nicht nach den koordinaten heute einschliffen ich sehe dich ich sehe dich jetzt gold ist ein bisschen was ich kommt nicht zu dir da unten irgendwo ja auf der englosen gelägt von der und hier ist doch eine kiste mit lapislazo die gold ist mal der da war welcher war hier ist doch keine auf der anderen seite soviel kann ich sagen ist nichts wenn ich gewähren hat dann kommt zu mir der ex kriegen einfach wieder so ungefähr doch meine sohn wie sie gelaufen ich habe drei vier klicks mal so musste mal erraten was den leuten gefällt Das sagt dir sonst nämlich keiner. Ah, da ist die Steffens. Das ist Glück, das muss ich näher. So hier ungefähr. Ich schmetzle mich hier gerade durch. Ah, hier ist ein Skelett. Damit geht's da eigentlich auch nicht um die Klicks, solange ein paar Leute unterhalten kannst. Das ist ja Hauptsache für mich. Jetzt geht meine Maus nicht. Okay. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, äh, so voll, so voll dumm, so voll schlecht und, äh, dann soll das erst mal einladen. Wenn ich mich irgendwo hinstellen, ein Video machen, wo es mir rauscht, als dass du ein Stück verstehst, in am besten noch 240p Qualität. Maximale auch nur. Ja genau, und dann, äh, sagen ich Gott, ich bin besser und dann, 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 dann soll er erstmal die Abonnenten. Die Abonnenten-Marke von uns erreichen, wenn er sich danach misst. Na gut, 30 Abonnenten zu finden, ist, glaube ich, jetzt nicht so die Welt. Na ja, brauchst du trotzdem Zeit zu. Ja, das schon, aber Jan, wo bist du? Dann finde mal knapp 100. Dann mach, dann mach das mal. Ja, 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 geh mal fort. Wenn er jetzt mal ankommt, die sagt, ich gebe dir zwei Wochen, bis dahin sollst du 100 Abonnenten haben. Da oben müssen wir, da ist noch nicht jemand gewesen. Wie lange hast du, Mika? Ich hab 91. Okay. Also, er hat fast die 100. Es wird Tag. Oder es ist Tag. Ah, cool, dann kann ich jetzt mal wieder nach oben. Ja, kannst du tun. Das ist echt egal. Das ist schon viel Aufwand, die ganze Scheiße hier. Das versteht ja keiner, das ist das Problem. Ey, guck mal, guck mal, hier geht's in eine Höhle, normale Höhle weiter. Das passiert auch leider wenige. Weil es auch so viel Auswahl gibt. Äh, das, nee. Oh Gott! Nein! Eine Cave-Spider! Oh nein. Oh, bitte lass mich jetzt nicht sterben. Was für ein Ding? Ein Cave-Spider. Soll ich dir helfen kommen? Cave-Spinne oder was? Ja. Alter, hier sind's...